Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Mit ohne Munition und Eason Ja das ist schön, dann komm doch mit und hilf So ein Schädelheimer gefunden, noch eine kristalline Riesen-Axt, die können wir noch nicht Geflügeln und Fisch, nee dann erstmal das was ich jetzt so habe Dann würde ich hier nochmal rein snacken und zwar den Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität, glaub mir mein Freund Ich weiß auch immer noch nicht wie ich die Munition wechsle in der Dings In der, ja in Dings, in der, ja Puff Peng In der hier, äh Quatsch, nee in der Kanadwerferding Da weiß ich noch nicht wie ich die Munition wechsle So, ich muss mal ein bisschen inventar sortieren hier, so das geht dahin, das geht dahin, das geht noch dahin Das geht dahin, hier haben wir noch ein bisschen Oh, ich darf noch so viel gefunden haben, war ja auch nicht so ganz genau Dahin, dahin, so lassen wir das erstmal Hier ist noch ein bisschen Platz, so wir haben, aber dann können wir Ja natürlich, deswegen quatsch ich dich an, das hier Aber nur eins Ja bitte, bitte, immer gut So, weiter geht's zu Eisenberg Festung, Friedhof, Segelwerk Na ja gut, wir gehen erstmal zum, ja Segelwerk waren wir ja schon Da war ja gerade der Dicke, wo wir so super wenig Munition verbraucht haben Ganz viele Fliegis Ich habe das dumpfe Gefühl Jünger ist Boah, ich behaupte, das wird doch bestimmt ultra hardcore hier alles noch Was hier jetzt noch kommt Logisch Äh Ja, ist ja schön Ey, seid mir nicht böse, Leute Das funktioniert nicht mit dieser Munition hier Oh, mit einer Shotgun daneben schießen Katastrophe Boah, schon wieder Das hat Da oben sitzt er Ah, okay, komm runter Moin, Meister Der Shotgun und Kopf ist schön cool Das geht klar Ah, komm runter Los Hopp Danke Geh Ja, danke Den haben wir nicht erwischt Okay Alter Also munitionslastig ist das Ganze hier echt Oh ey, Dreischuss Really Alter Ja, da steht da oben Da steht ja den nächsten, Alter Oh, da hat noch einer Äh, warte mal Alter Ah, der Sniper mit dem Bogen hier Zack, der Sniper mit dem Sniper Arschloch Oh, wie spinne ich euch Ach, blöd Mann Diese ganzen Krähen machen mich irre Boah, will ich hier überhaupt hin? Okay, da gibt's schon mal Oh, da die Wiener Also, pass mal auf Da ist schon mal so ein Ding Dann passiert dir doch irgendwas Blödes schon wieder Ey Oh Oh mei, oh mei, oh mei Ich höre was Ich höre was Ich höre was Ich höre nicht Okay Okay Oh, okay Zeit, ich habe es nachher, aber egal Nein Ich bin spät Lass das Sehr gut So, also Wir haben jetzt Wo sind hier noch welche? Sind hier noch welche? Sind hier noch irgendwelche? Ne, ich glaube nicht Liegt hier unten noch was rum Jetzt? Hab ich irgendwas? Ich habe hier unten zwei getötet Also wir haben hier zwei Fässer Da oben ist eine Kiste Da geht's eine Gleiter hoch Wir gehen noch nicht anders Gar nicht Wir lassen es einfach zu Da ist noch ein Fass Sobald ich hier irgendwas anfasse Kommt eh wieder Millionen und Tonnen An Gegnern Jetzt habe ich nur eine gewisse Zeit Um hier rüber zu kommen Wetten Alter What the fuck Das geht ab Äh, ja, ne Ist klar Da haben wir einen Ja, ne Ist klar Oh Äh Schießen einfach Genau Wie schön Ah, der ist tot Äh, stop Wir haben Kleines, 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 kleines Problem Kleines, kleines Problem Kleines Problem Ich brauche mir zu viel Shotgun Die ist echt gut Die ist sehr gut So, dann machen wir ein bisschen Den hier Und sagen Hasta la vista Oh, kommt noch einer Ich höre, ich höre Ich sehe nichts Ich sehe nichts Okay, okay, okay Da kommt einer Und Moin Da kommen zwei Nice Moin Moin Das ist verboten Leer, 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 leer Leer Das ist verboten Ich habe es nicht gekriegt Ähm Ähm Wo seid ihr jetzt? Äh, warte mal Wo seid ihr jetzt? Oh, die Geräusche gehen weg Wuhu Okay Ja, gut und schön Ich habe Hast du was auch In die Falle Eigentlich war es klar Dass irgendwas Blödes kommt Oh, scheiße Das war doch ein Ding Ah, ist egal Hat ja relativ gut geklappt Davon mal ab Festung Ah, Festung heißen wir ja wahrscheinlich Eine Schreibmaschine Eine Schreibmaschine Ich würde sagen Machen wir kurz eine Feicherung So Ich habe vergessen die Aufnahme zu starten Och nö. Egal. Alter hier ist alles leer. Ne das brauchen wir erstmal eins nicht. Ich würde sagen wir machen erstmal davon ein bisschen was. Okay so viel können wir davon nicht machen. Sniper mit Joker noch ein bisschen was machen. Und davon ein weil ich den eh benutzen muss. Ne wir gehen erstmal hoch. Okay wir gehen doch nicht hoch. Ah. Ha ha ha. Das haben wir. Heisenberg sag ich doch. Okay würde ich sagen. Gehen wir in den Raum noch rein. Oder. Ne das sieht komplizierter aus. Ich würde sagen wir machen dann erstmal Schluss für jetzt mit diesem Spielgenre. Gehe nicht weiter. Das ist nicht mehr alles. Speichern hier erstmal. Boom. Örnein. So lithium. Ok. Iubala. Vielen Dank.